Dass die weiter oben die Clips sich anschauen möchten, wenn sie möchten, wo halt die, wo ich das Schaben angefangen habe, wo sich die schon runter geblutet habe, hatte. Dann können sie sehen, wie die Wunde aussieht und so weiter, ne. Aber es geht halt darum, dass, ich habe die Ambulanz angerufen, wieder, wieder und wieder. Also heute ist erst Mittwoch. Vielleicht haben die heute ja schon frei. Das ist eine Tagesklinik in der Gegend, ne. Trotzdem sollte da jemand besetzt sein. Es ist, der Anrufbeantworter geht nicht an und sagt, sie rufen aus, da habt ihr Geschäftszeiten an. Nichts da, okay. So, den habe ich auch in eine E-Mail geschickt, mit dem Link zu dem Video, wo ich die Kompresse runterziehe. Also, die in Erlangen habe ich geschickt, das Zeug auch, den Link. Davor hat noch keiner dieses Video angeschaut. Jetzt haben sich schon fünf Leute das Video angeschaut. Also, ich bin mir sicher, die haben sich das angesehen, wo ich die Kompresse runterziehe und das Eiter sehen sie da und dann sehen sie, wie ich leide, okay. Ich muss halt nur noch warten, bis die halt antworten, wenn die überhaupt antworten, falls sie nicht überhaupt wollen, ne. Und für die Nürnberger Klinik brauche ich halt auch wieder neue Einweisungen, weil das muss für Nürnberg sein. Und die Heilpraktikerin habe ich auch kontaktiert und ich habe ihr gesagt, sie soll mir dieses hier verschreiben. Das habe ich am 30.01.2020 gehabt, wo der Doktor, mein Hausarzt, der Chef, wo jetzt nicht mehr da ist, weil er berentet ist, mir eigentlich nicht verschreiben wollte. Er sagte, sie nehmen es doch nicht ein, oder? Es heißt, RMFAT 300 Milligramm. So schaut es doch aus. Das ist nur die Packung übrig. So schaut das Zeug aus. RMFAT. Und davor hat mir sein Sohn verschrieben, dieses da, Vancomycin, das ist auch gegen Borreliose. Und da sieht man mal die Dosierung, lächerlich, oder? Das muss eine hohe Dosierung sein. Und ich habe gesagt, die Heilpraktikerin, dieses RMFAT, das Rifamycin, Rifam, dieses 14.45 Uhr so ungefähr. Und das nennt man, wenn sich jemand um einen kümmert. Also ich habe die Heilpraktikerin angerufen, Message hinterlassen, dass ich diese beiden hier nicht mehr nehmen werde. Dieses Dörquenzelmin und das. Weil das eine ist ja gegen Akne, nicht gegen Borreliose, so habe ich es nicht verstanden. Aber es gibt auch Medikamente und das ist logisch, die hat mir das auch gesagt. Weil das voll mikrobiologisch oder mikros irgendwas arbeiten. Das hat sie von einer, diese Rezeptur hat sie von jemandem, einer anderen Ärztin, die leider nicht mehr lebt. Die genau diese selbe Vorgehensweise hatte, machte gegen Borreliose. Und zusätzlich ist dieses andere, das man da nehmen muss, dieses Quincyl, da ich ja diese Mundtrockenheit habe, so wie bei Psychopharmaka. Ich nehme keine Psychopharmaka, deswegen, weiß ich jetzt aber. Und dass dieses Minocyclin, das Zeug, es ist ja eigentlich, wie ich schon sagte, gegen Akne und schwere Akne. So, das habe ich da angerufen und habe gesagt, das ist ein Antibiotikum, weil es macht keinen Sinn. Aber sie hat mir das so erklärt, okay, das macht Sinn. Jetzt haben wir gesagt, ausgemacht, dass ich würde es weiter nehmen. Und wenn weitere, irgendwelche blöde Nebenwirkungen kommen, dann kann ich eventuell sagen, okay, nein, ich werde es nicht nehmen. Und sie wird mir dieses Ermefat, dieses Arafimicin-Wirkstoff verschreiben. Damit dazu noch dieses gegebenenfalls Doxycycline oder sowas, nicht wahr? Weil es müssen zwei Antibiotika sein. So, es müssen zwei Antibiotika sein, damit es überhaupt wirken kann. So steht es ja auch in meinem Bericht. So, okay, wir haben das so aufgenommen und wie ich schon sagte, also sollte es zu irgendwelchen schlechten Nebenwirkungen kommen, weil jeder Mensch reagiert anders, dann werde ich das abbrechen und sie wird mir das andere halt verschreiben. Und sonst nichts Neues, ich habe nachgesehen, diese Clips habe ich das schon erwähnt, ich weiß nicht. Die aus Erlangen, die haben sich das schon fünffach angeschaut, wo ich mir diese Kompresse runterziehe. Da juckt es halt gerade, ne? Sieht ja an der Zeit, oder? Hier juckt es auch ein bisschen. Hier ist zum trockenen. Hier, das müsste ich jetzt ja wieder, wenn ich dann ziehe, ja, das müsste ich ja nicht. Eigentlich wollte ich jetzt schlafen gehen, aber ich muss das wechseln. Es ist ja jetzt fast 10 Minuten vor 15 Uhr, eigentlich wollte ich noch zu mir nach Hause fahren, aber ich muss das wechseln, weil sonst verklebt sich der Eiter mit der Kompresse, weil die saugt sich so schön voll und dann trocknet sie langsam und dann perfekt, ne? So wieder die zweite Haut und dann habe ich richtig Probleme, das runterzuziehen. So, das ist richtig unangenehm, so. Man merkt, dass wenn es nass genug ist, dann wird es so, es fühlt sich so kalt an. Man fühlt sich kalt, ne? Also wäre man sehr kalt angezogen und dann ist draußen so ein richtiger Scheibenkleistern-Tag, wo es nur regnet, regnet. Und genau so fühle ich mich auch. Aber es geht mir halt wieder besser. Ich habe halt wieder gegessen und die hat mich ein bisschen aufgebaut, die Heilpraktikerin. Und ich werde weiterhin hoffen, dass entweder die in Erlangen mich kontaktieren oder die in Nürnberg-Klinik. Ich weiß nicht, ne? Also, ich hoffe, dass irgendwas davon klappt, weil das muss doch nicht sein, oder? Jetzt beginne ich die Borreliose zu bekämpfen, aber... Ach, ich habe so sattes Reden, ne? Okay, genau, genug geredet, okay. Wir reden wieder, bei von au. Tschüss, Film. Bis später.